hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der marcus und habe eine gute neuigkeit die melissa b 25 jahren mit ihrem säugling jones worüber ich vor ein paar tagen video gedreht habe ist wohlbehalten zurück wie gesagt am 1.4. hat sie im klinikum st georg leipzig ihr kind zur welt gebracht und ist am 7 4 verschwunden die polizeisprächer marielle koch herr ritz teilte mit dass die mutter sich in einer leipziger kinder und jugend einrichtung gemeldet hat super den beiden geht es auch gut weitere ermittlungen dauern an dann eine straftat vorlegt wie die polizei vorgeht wie gesagt dazu kann ich nichts sagen kurzes feedback habt ihr ja wie gesagt lasst ein abo da würde mich freuen drückt auf die glocke und ihr bekommt informationen über neue videos ich freue mich ich sage danke bei markus